Gut, dass ich das Fliegen gewöhnt bin! Wow. Ah. Gamer. In der Folge muss ich noch was ändern, also in dem Moment. Weil, nicht wegen dem Lied, wegen dem Lied das im A-D-Lied, wo der Toast gemacht wird. Also, im Film. Okay. Interessant. Du hast den Film ja nicht gesehen. Ganz große Schande. Ja. Ich bin euch zu Hilfe geeilt. Ja, willkommen zurück, ihr lieben Portal Home und Slimer-Fans. Ja. Zu Lego Dimensions. Featuring... Superman. Warum fliegst du mit Superman? Weil ich gerade zufällig Superman hatte und dachte ich mir, dass ich die Szene ruiniere. Alles hat gepasst. Superman passt zu allem. Gestehst dir endlich einen. Nein. Alles klar. Okay. Wir haben die echt übersehen. Oder wir kamen an einen noch nicht ran. Okay, das ist dein Block wahrscheinlicher. Schaut euch an! Ich... Oh Gott. Aus dem Bild verschwinden. Warum sammle ich eigentlich Stutter? Weil du Batman bist. Das kriegt man nicht los. Okay, hier hört es eh auf für mich. Ja. Ich überfliege hier alles. Egal, dann mach ich die Batman-Aufgabe. Die Batman-Aufgabe am Müllwagen. Wow. Und du bekommst dafür? Müll. Geld. Ich wollte gerade das Geld fährt weg. Das Geld hat keinen Bock, du bist reich genug, ich geh zu wem anders. Juhu. Ja, zu Clark Kent vielleicht. Wenn er seinen Job vernünftig machen würde, dann würde er vielleicht auch Gehalt kriegen. Ja, aber der ist ja nie im Büro. Ja, eben. Es ist eigentlich interessant, wie schafft er es, seinen Job zu behalten, wenn er nie auf der Arbeit ist. Ja, musst du die Supergirl angucken. Mach das genauso gut. Ich schätze, Superman hat seine Grenzen. Ja. Jetzt sag bloß, dieser Hund kommt nicht. Nein. Ich will den Boden. Nein. Ja, genau diese Musik. Da müssen wir jetzt drauf aufpassen. Lalalalala. Mach mal ganz viel Lalalalala. Lalalalala. Oh, Gandalf. Lalalalala. Oh Gott. Ja, guck mal, da kannst du zaubern. Wenn man dir mal Gandalf überlässt, passiert hier gar nichts. Ja, ich trete brennende Autos. Das ist leider kein Stuhl. Weiß was, wir fliegen mit der Hexe. Seit 300 Menschen leben, bin ich schon auf der Erde. Wiedersehen. Ich liebe diesen Spruch. Ja. Ist das ein Katzenposter? Ich wollte grad sagen, wieso hat Superman mein Herzen verloren? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wo ist die Hexe hin? Hä? Die steht im Feuer und verbrennt. Wie in guten alten Zeiten. Das ist... So. Reifen. Abdeckhaube. Was kommt jetzt? Ja, ich denk mal das doch. Ja. Kein Respekt vor Hexen. Wie in guten alten Zeiten. Ding Dong. Ich dachte, das gehe ich jetzt damit auch. Ich versuch's auch schon an einen Loch einzubrennen. Was sagen wir hier? Nur Charakter wie... ...Superman! W subjective. Ich werde grüne Lego wenden sehen. Was ist das denn? O nee,e Rätsel. Das kann ja dauern. Alles, was halt da? hallo bewegt ich wollte ein bisschen einfacher machen so und wem durch welches haus guckst du jetzt das war jetzt echt schwer die falschen hände fallen lassen was ist jetzt woanders da war ich schon jetzt auch nicht gehört du bist die böse hexen zum beispiel könnten ich meine freunde einfangen ja merkst du so langsam wie schön die musik geht mir auf dauer echt auf den geist tschuldigung oh gott war doch schlecht ja das war nicht geplant ne das war nicht geplant so ein geist plan ich nicht das passiert einfach da sollte ich mal peter weg weg zu dir schicken die steppe hört das auch irgendwann auf das passt überall zu nicht wenn ihr mal wieder absetzen das habe ich nicht nicht ne dann 5 5 5 2 3 6 1 da ist was falsch in der audio file wen rufst du an ja ja siehst du das mit den geistern nichts anderes äh den hatten wir doch schon wieso hat er jetzt oder steh ich nicht ja die musik hat aufhört ja dankespiel da bin ich nicht drauf gekommen seht er kommt durch das tod ja heute hast du gut drauf ne was hast du für alles ordentliches gegessen zwei burger dann ess mal öfter zwei burger wenn du zu mir kommst ja die witze sind ja ne da bestimmt noch nicht da da du das entdeckt hast da hast du das aufs spiel oh gott das ist bestimmt ein super spiel ahaha das übernehmen ach da roadblaster straßen schuss straßen laser oh gott das kann sich nur um stunden haben du musst du musst lauter gotten ein bisschen steuerung feuer und schwitzer ok das sollte machbar sein oh das ist ein spiel für einen spieler ja viel spaß ich hoffe auf ganz viel geld für superman da viel spaß leute presspedal ja welches pedal rein ok start ja hab ich schon dann y kreis auch wenn das ein xbox controller ist äh r r ach ich glaub du brauchst den der falscher kontrolle nerd kann ich ja lange drücken so viel spaß einmal google city auf jeden fall einmal forest sector oder desert ich kann das nicht mal auswählen das schwere automatisch zurück hallo dein main tongue ist wuhu das ist sehr cool was ist das ah so wie fühlt es sich an ein bisschen seltsam ein bisschen seltsam so hat batman fahren gelernt oder auch nicht siehst du da ein bisschen an das spiel für den essen es ist keine ahnung ich komme leider nicht auf den namen aliens catch irgendwas ne du hast ne neue waffen laser ah du musst nur den knopf finden ich weiß welcher knopf schon sozialwaffen sind ah ok extra full award hui mine ah ok danke für die warnung gar ein bisschen zu spät für mein gehirn 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 gehirrt wie die kugeln denn das boah was für ein assi ist glaube ich mein sprit leer hui sag ich doch oh kurz bei der ziellinie oh so das war's soll ich machen ja nochmal es geht schon los ja 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 dein tank geht leer obwohl du gar nicht fährst ist aber schon witzig zum beispiel ich hätte schon wie macht man die du bist ja auch bei level 2 hast du jetzt angefangen wo ich auch gehört habe ich hätte auch weitermachen können ja fortsätze mit rücken wie macht man die äh x ja darf ich mal passt vom daumen her ja ha 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 hey 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 hui 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 nein niemals in meinem rotblauen auto wo ist das blau ach unten hexpoiler neon da guck guck im hintergrund das ist krypton ich bin auf krypton und ich komme zu spät zur schule zur rettungskapsel guck mal km dahinten Kilometer was tut denn das liebe autos oder schlimmer wenn du dagegen fährst sind schlimmer autos ansonsten geben sie dir extra punkte wenn du sie kaputschest auf die lade auf die lade ah 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 immer beifahrer die mitschreien nein ja so wie du fährst ist kein wunder wenn ich schreibe hallo so als nächstes machen wir ein let's play im VR spiel oh Gott ja Glückwunsch ja ich kann aber leider nichts mehr gewinnen weil du schon total verkackt das hier ja dann start's doch neu du nein ich beende das jetzt du Depp ja ja das war Road Blaster das war ein Retro GTA der steht einfach da als wäre er der King weißt du ja das ist Superman den du spielst ich hab die Tage ein Bild gesehen von einem Typen am Bahnhof ja von einem Typen am Bahnhof ja der kam auch aus so einem Ding raus ja der kam auch aus so einem Ding raus ja erzähl weiter ähm der hatte was ich drücke x ich stehe davor er sagt mir x ich drücke x und ah Bahnhof x Tor ja dieser Typ der hatte einmal ne Tarnhose an und obenrum dann eine Warnweste da fragt man sich doch will der jetzt gesehen werden oder nicht ja ich weiß das sind Fragen die die Welt beschäftigt ich hab zu große Angst vor Geistern äh äh ich bin eine Super Pussy äh ne jetzt weiß ich warum du Superman spielt so fettig zu machen ne aber das ist ein schöner Zusatz-Effekt muss ich sagen gefällt mir ach jetzt muss ich die Falle holen ähhh ich erwachsen kann äh Aber steht wieder King auf dem Tisch, ob alles ich gemacht habe. Das ist so gute Arbeit. Die Geister verschwinden. Was auch immer das ist. Diese Technologie ist beeindruckend. General. Generalino. Generalissimo. Hey Kumpel. Nein. Tschüss Kumpel. Ja so, genau so wäre ich dann auch. Das kommt davon, ja? Nein. Bleib mal rum. Wer ist das denn für mich? Das hier haben wir schon alles erledigt. Ich kann mich auch an den Raum erinnern. Echt? Ja. Okay. Und die haben wir schon besiegt. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe mal hier die Pumpe auf. Ja, mach das. Rufen wir Mutter Natur zu Hilfe. Der Mann hat seine... Was glaubt ihr, was ihr da tut? Geister jagen. Äh, Geister jagen. Okay. Hm. Was? Wo war da noch was? Den haben wir übersehen. Den haben wir übersehen City. Nur noch nicht mal jemand gerettet. Aber wirklich was seltsames in der Nacht verschaffen. Das ist mysteriös. Dann hätten wir besser mal die Telefonnummer angeboten. Ja. Gleich eine Idee. Wo haben wir denn noch zwei Charakter durchgefetzt? Wahrscheinlich gibt es wieder irgendeine Vergangenheit oder so. Hm. Wir haben uns übersehen. Ja, alles mal schön kaputt machen. Was ist das denn? Gute Frage. Ach. Ach, so spinniert zu Ding, ne? Ja, ja. Ach, vielleicht kommen wir gleich nach rechts rein. Links rein, meine ich. Wäre unmöglich. Oh. Hey, ich war im Bett. Oh Mann. Schon wieder? Ich hab schon wieder in meinen Klamotten geschlafen. Let it. Das ist die Energie ausgelaufen, die Beyblade. Ja. Ach. 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 Wie konnten wir das übersehen? Wir waren hier noch nie. Ach. 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 mit dem stück sagt das doch nicht so offensichtlich die leute ich löse mal dieses extrem schwer ich bin froh dass du das machst das hätte ich nicht geschafft ich habe den verstand weil ich alle erledigt haben ja genau gesehen buddeln hier mal ein wir brauchen immer wenn ich das mit dem noch mal geschickt geschickt wie ein bauarbeiter hier brauchen ja das hat jeder geleuchtet ich denke mal das ist so ein aufbauen vielleicht da wo man bett man brauche und sich zu bewegen schaut mich an ich bin super ich haue das ding kaputt Das ist wie ein Hüllei, wo nur ein Auto drin ist. Was kommt jetzt? Mobildick? Ich war jetzt eher witzig wie Batman. Oh mein Gott. Die Titanic! Sie liegt! Was? Schiffe leben nicht. Ja, hast du schon mal die Black Pearl gesehen? Und die Titanic und immer drauf Batman. Das ist mein Fall für mich. So, dann gucken wir mal, ob wir Rose und Jack finden. Warte, ich möchte ein Superman die Titanic. Los, weil ich, weil ich. Ich mach schon. Superschnell. Mal gucken, wie wir hier retten. Das ist jetzt ne gute Frage. Das ist mein... Aha, die Titanic hatte ein Geisterproblem. Mhm. Das war also nicht, äh... Das war ein Gespenster, Eisberg. Jack Skellington. Jack Skellington. So. Die können wir auch noch in die Vergangenheit. Ha! 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 Hab ich's nicht gesagt. Die Vergangenheit der Titanic. Ich hoffe, wir haben nicht die Titanic. Ich hoffe, wir haben nicht die Titanic im richtigen Moment, du. Ha! 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 Was wäre denn für dich der richtige Moment, die Abfahrt oder die Unterfahrt? Die Unterfahrt? Die Unterfahrt? Na ja. So. So, mach ich das jetzt mit dem Typen mit den nassen Hosen? Ja, aber, ne? Ah, nicht hin. Wow! Mit geschlossenen Augen. Ich hab mehr Glück als Verstand. Schicksal. Es ist Schicksal. Es liegt an der Frisur. Ich geh die Sahara an. Wie sie einen Schatten auf sein Gesicht werfen und sein halbes Gesicht verwerfen. Dein Schauspieler. Ich hasse den Schauspieler, ehrlich zu sein. Sei doch nicht ehrlich! Du musst Zac Efren lieben. Das ist Multicap. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Warte. Hast du geholt? Ja. Ja, vielleicht müssen wir die Tür in der Vergangenheit zerstören. Damit das die in der Zukunft nicht hingehen ist. Wie möglich. Dann lass mich mal einen Zeitsprung wagen. Gut, mach das. Wenn das Auto sich traut. Ja, ne? Es ist schüchtern. Ja, nicht jeder kommt mit der Anwesenheit. Alles super. Ja, Leute. So, ab zum Juni 1989. Ihr macht ne Wurst. Gefällt mir. Warum bin ich auf einmal die Hexe? Ja, Batman war damals die Hexe. Okay. Ah, schön. Ach ja, Hexe. Superman auf der Titanic. Deswegen liegen sie unter. Der zerstört doch alles beim Vorbeigehen. Die gehen super unter. Komm doch mal her. Schauen wir mal. Wie schön gucken. Wie schön gucken. Mach mal hin. Du schlechter seid. Lasst uns diese Frage ein für allemal aus der Welt schaffen. Kaffee oder Tee? Lort mir die Tür auf. Ich bring auch Wurst. Moment, aber leuchtet was. Da oben. Da hinten. Ich weiß, was er aussieht. Ich habe super aufgebaut. Ja, der läuft durch die Treppe hoch. Ja, der läuft durch die Treppe hoch. Ja, der läuft durch die Treppe hoch. Was? Der läuft gegen ne andere Tür. Oh, 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 oh. KI. Wer hätte es gedacht. Der Typ, ich muss ne echt extra. Oh. Oh. Schon wieder so komplizierte Fahrt. Oh. 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 Was machst du da? Blöd im Kopf. Was? Wie blöd. Ja, die ganze Kameradreherei. Und ich wette, wir haben jetzt schon Zuschauer, die sich vor dem ganzen gedrehen übergeben haben. Ja, die haben einen Drehbruch. Und dahint leuchtet sich was. Du spielst immer den, wenn die Hexe in der Nähe ist, weißt du oder nicht? Okay, Schloss mit Mr. Nice Bank. Hallo? Ah. Willkommen... Ist doch was gewachsen. Willkommen im... Ich wollte jetzt gar nicht Garten sehen. Was hat es jetzt gebracht? Vielleicht in der... Entschuldigung Hexe. Man kann dir auch keine Wasserpistolen überlassen. Nein. Kann man nicht. Hast du recht. Da ist er. Der Tür. Nein, der... Der Hakenhalter. Und der Batman. Der ist so männlich. Da gibt es kein Ding. Das ist der Batman. Ja, und der Kind. Und der Zeichen. Und der... Der Anzug. Und der Angeber. Du musst dich mit Angebern ja auskennen. Nur Angeber erkennen. Nur Angeber erkennen. Nur Angeber erkennen. So. Es gibt nichts. Erstmal drauf springen und kapieren. Das ist Lego. Das ist Lego. Besser kann man das nicht zusammenfassen. Ah. Was haben wir jetzt alle drei abziehen? Ich glaube nicht. Ich glaube rot. Fehl. Nicht zu versehen. Nee. Looking Ma�ic. Ahhhh. Rot ist meine Farbe. Und dann bauen wir auch. Hallo. Das hab ich nicht verdient. Wo stehe ich denn hier? Ich stehe rechts. Rechte ist zufälligerweise Waxen. Rote ist gelb. Blau ist am leichtesten. Red Korb. Come her. so jetzt musst du mal überlegen was was soll ich denn machen also rechts habe ich schon mal so gemacht links mussten blau und rot mach den geist mal rot wie soll ich den geist mal rot du hast batman schon mit rot jetzt hätte ich ja nicht orange machen können ja, ging ja leichter als gedacht hui gönn dir das sollte ich nicht in die falschen Hände fallen lassen müssen trotzdem noch irgendwie ja den retten wir jetzt dadurch dass wir die pflanze zum leben erweckt haben und die tür da oben meinst du ja weil jetzt ist die titanik wenn sie untergehen und verschlossen ab und sache jahre 19 dana dana ach das ist die ja ich weiß bescheid ich weiß bescheid die schauspielerin von aliens die kam mit dana raus dana hat mit den beiden flirte so das war's leute ja wir haben es geschafft ja guck mal wie sich superman und batman freuen ja die tanzen zusammen siehst du das nicht hier haben beide schon jeweils einen fuß gehoben die setzen gerade an ja vielleicht werden die beiden doch noch Freunde das seht ihr dann beim nächsten Mal niemals ernsthaft nein ja phantomschone schone schone die phantomschone mein schone phantomschone sie ist abgeschlossen dank den los ja schon wieder 7 millionen hier das war ein zeichen der stadt i'm afraid of no stuff so und ein paar neue steinchen ich hab immer noch gehört wir spielen das noch als senior mhm bis dahin kommen dann die ganzen Upgrades dann gibt's ja wieder mehr let's play aus dem Seniorenheim guten tag ihr lieben portal homie raucherlunge ach du fängst also an zu rauchen bis du alt bist nur dafür nur dafür damit ich endlich einen Grund hab zu husten tschau tschööö r r r r r